Jo, meine Leute, herzlich willkommen zum dritten Spieltag der UEFA Europa League Predictions, Teil 1 von Teil 3. Los geht's, dritter Spieltag. Alle Spieler live bei RTL Plus und 1 auf RTL. Glaube ich. Heute um 18.45 Uhr Sheriff Tiraspol spielt gegen Real Sociedad Spektakel 3 zu 3. Ammonia Nicosia unterliegt Manchester United 1 zu 3. Aas Monaco spielt gegen Trabzonspor 3 zu 0. Roter Stern Belgrad schlägt Ferien Swarov Budapest mit 4 zu 2. HJK Helsinki spielt gegen PFC Ludogoretz Rassgrad 3 zu 3. Spektakel. SK Sturm Graz gegen Latz für Rom 1 zu 3 für Rom. Dann 1 zu 2 für Rom. FC Zürich unterliegt gegen PSB Engthofen 2 zu 4. Und Meimo FF unterliegt 1. FC Union Berlin 0 zu 3. So, das war's vom dritten Spieltag der UEFA Europa League Saison 2022, 22, 23, Teil 1 von Teil 2. So, wenn euch das wieder gefallen hat, lasst ein Däumchen nach unten da. Vergiss kein Abo, dann nehme ich das Glöckchen, das nicht vergessen, sag die Wien, dann verpasst dir keine Benachrichtigung auf dem Channel und bis deiner Goodkick, ciao!